Wenn es dunkel ist, dann sind mir die Abgründe des Lebens näher als die Gipfel. Dann scheint Frieden genauso weit weg wie all die Kriege. Dann brauche ich einen Gott, einen, der mitten unter uns ist, der das Leben kennt und der die Welt versteht. Jesus Christus gelitten, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersitzt zur Rechten Gottes. Es wird hell, am Morgen der Tag und an Ostern das Leben. Wie die Sonne die Dunkelheit berührt, berührt Gott mein Leben, lässt es wachsen und blühen. Unsere Trübsal ist zeitlich und flüchtig. Gottes Liebe aber ist ewig, denn Christus hat den Tod besiegt.